Moin, ich bin Luca Prinz, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere, ich schraub gerne an meinem Bus und ich mach gerne YouTube-Videos. Wenn es keinen Van geben würde, dann wäre ich wahrscheinlich Ingenieurinformatiker geworden. Ich würde mir so kreative Ideen einfallen lassen, wie ich irgendwas im Leben verbessern kann. Also so Minicomputer, ich wollte auch für einen Bus einen Minicomputer einbauen.